Borderline-Persönlichkeitsstörung und das Gefühl von großer Unsicherheit. Ja, Menschen mit Borderline fühlen sich sehr, sehr häufig unsicher. Sowohl bezogen auf das eigene Selbst in Form von großer Selbstunsicherheit, aber auch im Hinblick auf die sozialen Beziehungen, welche sich Menschen mit Borderline sehnlichst wünschen. Trotzdem gibt es einen großen Unterschied zwischen der normalen Unsicherheit von unsicheren Menschen, bei denen diese Unsicherheit auch häufig angeboren im Sinne eines zurückgezogenen, introvertierten, schüchternen Temperamentes ist, und der Unsicherheit, wie sie typischerweise bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung vorkommt. Auch bei Borderline gibt es ja, so sagt man, eine gewisse genetische Prädisposition, aber die Borderline-Persönlichkeitsstörung wird natürlich erworben im Laufe des Lebens. Und auch wenn Unsicherheit eines der optionalen Diagnosekriterien bei Borderline ist, muss man ganz klar sagen, wird die Unsicherheit bei Borderline häufig anders ausgelöst, als eben bei Menschen, die über eine große Unsicherheit verfügen und kein Borderline haben. Oder auch bei Menschen, die zum Beispiel eine Sozialphobie haben. Ja, und darüber sprechen wir in diesem Video. Wichtig ist es nämlich zu verstehen, dass die allgemeine Unsicherheit, über welche viele Menschen in der Gesellschaft verfügen, nicht durch externe Trigger ausgelöst wird. Das ist bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung allerdings ganz, ganz anders. Und hier haben wir in aller Regel drei Kategorien von möglichen externen Triggern, welche bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, welche eventuell phasenweise alles andere als selbst unsicher oder unsicher gegenüber anderen sind, diese Schübe von akuter Unsicherheit auslösen können. Und das ist zum einen der Verlust, also die Angst vor Verlust oder die Angst vor einer großen Ausgestoßenheit durch andere. Wenn Menschen mit Borderline die Vorstellung haben, dass sie sich gerade in einem Prozess befinden, wo sie aus der Gesellschaft ausgestoßen werden oder wo sie drohen, Verlust durch den aktuellen Partner zu erleben, ja, dann erleben sie auch in diesem Zuge häufig, dadurch angetriggert, eine ganz starke Unsicherheit, einen ganz großen Zweifel, der in den Menschen mit Borderline hochkocht. Diese große Angst vor Verlust und Ausgestoßensein hängt oder kommt dadurch zustande, dass Menschen mit Borderline häufig auch sehr unsichere Beziehungen schon in der frühen oder frühesten Kindheit zu ihren primären Bezugspersonen, das sind in aller Regel die Eltern, gehabt haben. Menschen mit Borderline wurden durch ihre Eltern emotional häufig im Stich gelassen und haben deshalb schon in den frühesten Jahren diese große Angst davor, zurückgelassen zu werden durch die eigene Herde, ja, durch die eigenen Eltern erfahren müssen. Und das hat sich eingebrannt in das persönliche Erleben, Fühlen und Denken der Menschen mit späterem Borderline und zieht sich dann auch in die Erwachsenenbeziehungen, die man führt, fort. Man muss auch ganz klar sagen, dass Menschen mit Borderline durch ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung auch im Erwachsenenalter häufiger Verlust und brüchige Sozialbeziehungen erleben, als es Menschen ohne Borderline erleben. Ja, ein zweiter Trigger, der Unsicherheit bei Menschen mit Borderline zur Folge haben kann, sind die sogenannten Intrusionen. Als Intrusionen bezeichnet man ein bestimmtes Wiedererleben und Wiederfühlen von in der Vergangenheit bereits erlebten, stark traumatischen Situationen. Diese Intrusionen durchleben Menschen mit Borderline, weil ihnen im Hier und Jetzt irgendetwas begegnet, weil sie etwas sehen, weil sie eine Situation durchleben, die sie an das vergangene Trauma erinnern. Und dann fühlen sich die Menschen mit Borderline im Rahmen dieser sogenannten Intrusionen innerlich, in ihrem Inneren Erleben, wieder in die Situation zurückversetzt, wie sie die in der Vergangenheit durchleben mussten. Und das kann natürlich bei den Menschen mit Borderline auch wieder zu diversen Unsicherheiten führen. Und sei es auch nur die Unsicherheit nicht vor Verlust, das kann natürlich auch der Fall sein. Auch erlebter Verlust kann ja ein Trauma darstellen. Nein, vielleicht auch eine große Unsicherheit in Form von Misstrauen und vorsichtiger Angst, von Alarmismus, von Gefühlen von Alarm. Achtung, hier musst du aufpassen gegenüber den Menschen in ihrem aktuellen Leben. Ja, und eine dritte Kategorie von äußeren Triggern, die zu Selbstunsicherheit und Fremdunsicherheit bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstürungen führen kann, sind Schwierigkeiten in den Sozialbeziehungen. Und man muss ganz klar sagen, dass die Schwierigkeiten in den Sozialbeziehungen auch häufig durch die ersten beiden Trigger, die ich in diesem Video genannt habe, das heißt also Verlust und Angst davor, Bezugspersonen zu verlieren, beziehungsweise ausgestoßen zu werden und natürlich auch Intrusionen, dass diese Beziehungsprobleme auch häufig die Folge davon sind, dass die Menschen mit Borderline durch die ersten beiden hier genannten Trigger sozusagen auch in ihr Borderline-Störungsbild hineingedrückt würden oder in einen inneren Zustand von Unsicherheit verfallen. Da nenne ich ein ganz einfaches Beispiel. Der Mensch mit Borderline bekommt Angst davor, verlassen zu werden und macht dann dem aktuellen Partner, mit dem es eigentlich objektiv gesehen ganz gut läuft, den Vorwurf, hey, du wirst mich doch bald verlassen oder hey, du betrügst mich doch oder dass man dem aktuellen Partner den Vorwurf macht, du wirst mir Böses antun, auch wenn dieser aktuelle Partner das überhaupt nicht im Sinn hat und das auch nie tun würde. Und nochmal einfach hier zur Verdeutlichung als Disclaimer, ja, Menschen mit Borderline durchleben auch tatsächlich in ihren aktuellen Erwachsenenbeziehungen häufiger Missbrauch. Wenn ich das sage, dass Menschen mit Borderline durch äußere Trigger hier Unsicherheit und Gefühle von Unsicherheit erleben und dadurch eigentlich gute soziale Beziehungen gefährden, destabilisieren, bedeutet das nicht, dass alle der Beziehungen, die Menschen mit Borderline im Hier und Jetzt führen, tatsächlich gut sind. Nein, Menschen mit Borderline haben ein erhöhtes Risiko, tatsächlich auch am Beziehungspartner zu geraten, die sie tatsächlich verlassen werden, betrügen werden oder die ihnen übel mitspielen. Ja, diese Beziehungsschwierigkeiten als äußerer Trigger können dann wieder Gefühle von Selbstunsicherheit antriggern, dass der Mensch mit Borderline zum Beispiel das Gefühl bekommt, hey, ich bin nie genug, wie ich es schon in der Vergangenheit für meine Eltern nie gewesen bin, zum Beispiel. Oder hey, ich kann doch nie etwas richtig machen. Ich schaffe es niemals irgendwie mal eine Beziehung zu führen, die vernünftig läuft. Und das selbst dann, wenn Menschen mit Borderline tatsächlich mit einer Person zusammen sind, die ihr übel mitspielt, mit der sie eigentlich nicht zusammen sein sollte, im Sinne von, hey, such dir doch mal einen netten, sympathischen, zuverlässigen, treuen Beziehungspartner. Das ist ja häufig auch leichter gesagt und getan, aber eher, dass die Menschen mit Borderline selbst in diesen Fällen die Schuld nur bei sich suchen, aus der Selbstunsicherheit heraus und gar nicht erkennen, dass der aktuelle Partner vielleicht tatsächlich nicht geeignet ist. Ja, das waren mal so drei und ich hoffe, dass es in diesem Video klar geworden, auch zusammenhängende, aufeinander aufbauende, sich ausformierende Triggerfaktoren, die bei Menschen mit Borderline zu Unsicherheit führen. Ja, und diese Unsicherheit im Hinblick auf sich selbst und auf die sozialen Beziehungen sind eines der möglichen diagnostischen Kriterien für die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Allerdings, das muss ich auch ganz klar sagen, eines der Kriterien, die in fast allen Fällen bei Menschen mit Borderline auch tatsächlich vorkommen und somit auch Teil des ganzen Borderline-Syndroms. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video dafür und auch für die Mechanismen und auch für die Abgrenzung zu der in Häkchen normalen Unsicherheit von nicht Borderline betroffenen Menschen, die das vielleicht als angeborenes Temperament haben, die eine unsichere Persönlichkeit haben oder die vielleicht auch andere Störungen aufweisen, wie zum Beispiel eine Sozialphobie, dass ich hier auch so ein bisschen die Abgrenzung schaffen konnte und dass ich vielleicht auch dich als meine Zuschauerin oder meinen Zuschauer, falls du eine Borderline-Diagnose schon hast oder das bei dir vermutest, dich auch dazu anregen konnte, ja, diese Schwierigkeiten mal mit deinem Therapeuten zusammen anzugehen, vielleicht dir einen Therapeuten zu suchen, falls du noch keinen Therapeuten hast oder wenn du sagst, ich finde keinen Therapeuten, weil die Wartelisten so lang sind und die Optionen, die ich habe, das sind eigentlich alles gar keine geeigneten Therapeuten, für mich vielleicht dir auch ein bisschen Inspiration oder Information zur Selbstreflexion für die, ja, eigenständige Arbeit an dir selbst und an deiner Persönlichkeit, also im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung auch bei Borderline-Persönlichkeitsstörung gegeben zu haben. Das war's bei mir, das war's von mir für dieses Video. Ich bedanke mich bei allen, die hier ganz bis zum Ende drangeblieben sind, auch die Watchtime mir gespendet haben. Wenn euch solche Videos interessieren und ihr noch nicht diesen YouTube-Kanal abonniert habt, dann tut das sehr, sehr gerne. Und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt sogar unterstützen möchtet, dann könnt ihr von Herzen gerne auch Kanalmitglied werden. Einen Link zur Kanalmitgliedschaft findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und hier für diejenigen, die sich für meine ganz persönliche Lebensgeschichte interessieren und die vielleicht auch sagen, naja, der Typ, der da im Video sitzt, warum macht der eigentlich Videos zum Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung? Was hat der denn mit Borderline zu tun? Meine aktuelle Biografie Tom Harrendorf, geschrieben von Diplom-Psychologin Melanie Matzies-Köhler Autismus verstehen, das ist meine individuelle Biografie zum Thema Mein Leben mit Autismus und auch, wie ich dazu komme, Borderline-Videos zu machen, ja, die gibt es für alle Interessierten jetzt im Buchhandel und auf Amazon vorzubestellen beziehungsweise käuflich zu erwerben und einen Link dazu findet ihr unter diesem Video angepinnt und auch in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal, euer Tom. ich bedanke mich, aber es hilft, ich bedanke mich, ich bedanke mich,